Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Jeep. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. Nehmen Sie am Steuerplatz und lassen Sie sich durch das geräumige Fahrzeuginnere überraschen. Die Sicherheit dieses Autos wird mit ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle verbessert. Die Liste der Optionen umfasst auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Jeep machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017